so freunde des heiteren bergbaus stollentour teil 5 heute und zwar habe ich letztes mal wo ich mit ehla unterwegs war durch zufall noch einen stollen gefunden den kannte ich auch noch gar nicht den werde ich mir jetzt heute mal vornehmen und zwar regnet es heute mal nicht welcher wunder und dann werde ich mal schauen dass da hoffe ich nicht allzu viel wasser drin ist hier ist in den letzten tagen ordentlich was runter gekommen und ich hoffe mal dass der soweit begehbar ist problem ist auch man kann jetzt nicht wirklich sagen oder ich kann nicht wirklich sagen was das für ein stollen ist ich vermute mal dass es im wasserlauf ist ich konnte erkennen dass der stollen mit eisen ausgebaut ist es könnte aber auch ein wasserlösungsstollen sein aber genau aus dem grund bin ich heute hier um das ganze zu untersuchen man gehe über stock und stein willst du gleich beim stollen sein das sieht mir stark nach einer pinge aus so Bis zum nächsten Mal. 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 So Freunde, hier ist jetzt der Eingang. Kann man auch schön sehen, ist richtig schön ausgemauert, das Ganze. Auch recht groß der Eingang. Normalerweise ist es immer direkt über dem Mundloch ein Jahreszall eingeschlagen. Aber wie man sieht, sieht man nichts. Oder ist es so dermaßen übersintert und überwachsen, dass man es nicht mehr erkennen kann? Das ist auch möglich. Donneret immer noch. Also bis jetzt ist es noch trocken. Na ja, schauen wir mal, wie lange es so bleibt. Ja, ich werde jetzt meinen Helm aufziehen und dann geht es rein. Ja, ich werde jetzt mit ihm bei dir. Ja, ich werde jetzt mal. Untertitelung. BR 2018 So, also der Stollen hier ist doppelt gesichert, wie man sehen kann. Einmal mit Eisenausbau und Holz. Und dahinter hat man tatsächlich noch mal Beton gesetzt. Aber auch der löst sich hier schon langsam auf. Genauso wie die Eisenstreben. Und hier ist unheimlich viel Nebel drin, wie man sehr gut sehen kann. Ich zoome mal. Oh ja, die Luftfeuchtigkeit ist extrem hoch. Das hat natürlich den Nachteil, dass man jetzt auf der Kamera nicht so viel erkennt. Aber hier kann man es wieder schön sehen. Hier ist alles zum Beispiel mit Beton ausgebaut. Also hier ist gar kein Eisenausbau mehr. Also ist der eigentlich auch noch nicht so alt. Sonst wäre hier noch kein Beton drin. Hier lagen auch Maschinen drin. Denn die liegen hier noch. Das erklärt auch, warum der Stollen so breit ist. Also ich schätze mal, der hat hier mindestens eine Breite. Ja, bestimmt zweieinhalb Meter. Und hier liegen noch Schienen. Wenn man ja umkehr, umkehr ist auch gut, unschwer erkennen kann. Also fuhren hier mal Hunde durch. Hier ist ein Rest von einem Rohr. Das könnte eine Pressluftleitung gewesen sein. Hier ist auch noch irgendwas aus Metall. Vielleicht mal eine Tafel gewesen oder ähnliches. Aber das hier sieht mir ganz stark nach einer Pressluftleitung aus. Und hier ist er auch wieder mit Bruchstein gemauert. Hier ist der nächste Rest von der Schiene. Na, Wasserstand. Jetzt sind nur ein paar Zentimeter. Also ich habe es schon schlimmer vorgestellt. Gerade jetzt bei dem Wetter die ganze Zeit. Hier ist morgen was runtergekommen. Hier ist ein Absperrband. Liebe Ei-Metallteile. Da sieht man wieder, dass die Leitung weiterläuft. Da ist Holz. Eine Bierflasche. Die ist auf jeden Fall noch nicht alt. 2003. Was für Arschlöcher. Entschuldigung. Ich werde die jetzt hier beiseite legen. Hier liegt alles voll mit Scherben. In solche Stollen hier gehen auch gern mal Tiere, um Unterschlupf zu suchen. Ja, und das nächste Tier latscht rein. Ich werde es nie begreifen. Es ist ein Phänomen, warum der Mensch überall, wo er ist, seinen Dreck hinschmeißen muss. Es ist unglaublich. So, hier geht die Leitung weiter. Obwohl, nee, das sieht mir eher jetzt wieder nach einem Stück Schiene aus. Da ist auch Holz noch eingearbeitet. Die Luftfeuchtigkeit ist wirklich extrem hoch. Jetzt wird es auch langsam ein bisschen tiefer. Aber alles noch gut. Und hier sehe ich schon, hier haben wir einen Verbruch. Da ist mal was runtergekommen. Hier ist schön zu sehen. Rubenholz. Ich muss mal gucken, wo ich mich jetzt hier genau befinde. Vielleicht finde ich das von außen. Aber, oh ja, oh ja. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Also der Balken hier hält das Ganze jetzt noch. Und dieser Balken hält das jetzt noch. Und das war's. Ich werde nachher auf dem Rückweg mal gucken, ob ich das Loch finde von außen. Eigentlich müsste man das sichern. Wenn da einer reinkracht, der kann sich erst mal schön die Beine brechen. Ja, nicht gut. Sollte mich das jetzt beunruhigen? Ich würde sagen, ja. Aber es hilft ja alles nichts. So, hier geht er jetzt weiter. Und ich sehe schon, jetzt habe ich es mit Meerwasser zu tun. Und zwar schlagartig. Oh, man sieht fast nichts durch die Luftfeuchtigkeit. So, ich gucke jetzt mal, wie sich der Wasserstand jetzt hier entwickelt. Oh ja. Muscheluft habe ich noch. Aber ich höre es auch schon. Ich weiß jetzt nicht, ob man es auf dem Video hören kann. Aber da läuft irgendwo Wasser rein. Und es ist tatsächlich so. Zehn Zentimeter noch. Dann kriege ich nasse Füße. Und dann kriege ich nasse Füße. Ich vermute auch mal, wenn man das hier so sieht, der hatte ursprünglich, hatte der einen Eisenausbau. Und man hat den dann hinterher nachträglich mit Beton verstärkt. Es könnte also sein, dass er somit doch älter ist. Weil das hier ist ein klassischer Eisenausbau. Mücken. Und man hat den dann einfach nur nochmal mit Beton stabilisiert. Das könnte also bedeuten, dass er tatsächlich doch älter ist. Und durch den Beton sieht er jetzt einfach schon mal aus. Da vorne höre ich schon, wie das Wasser läuft. Ja gut. Auf der anderen Seite ist es gut, dass man das mit Beton verstärkt hat. Denn das macht alles nicht mehr wirklich einen stabilen Eindruck. so und langsam. Noch geht's. So, also der Wasserstand ist jetzt echt hoch geworden. Da vorne macht er jetzt auch einen Knick. Aber da muss ich durch. Und hier ist der nächste Verbruch. Also auf gar keinen Fall irgendwas anfassen. So, hier kann man jetzt gut sehen, dass sich hier schon der komplette Beton zerbröselt hat. Und ich bin jetzt bestimmt schon 150, vielleicht sogar 200 Meter im Stollen drin. Und hier sind immer noch Mücken. Unfassbar. So, hier ist er mal abgestützt worden. Ich vermute mal fast, dass der hier gerade unter der Straße durchführt. Und hier volkbar. Gut. 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 Vielen Dank. So Freunde, wie man sieht, hier ist jetzt endgültig Ende. Hier ist er entweder mal zugeschüttet worden oder es ist ein Verbruch. Dann heißt es jetzt also umdrehen. Hier ist es ein Verbruch. Hier ist es ein Verbruch. Hier ist es ein Verbruch. Hier ist es ein Verbruch.